Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft, ja, ich spiele hier mit dem Nils, dem Nico, dem Marcel, dem Jan und dem Luca und mir dem Timo. Hi! Und ich habe hier so ein paar Bäume vor der Tür, die sich die ganze Zeit fortpflanzen, ne? Ich habe Angst, dass hier einfach, und man kann die nicht töten. Bäume. Guck gleich mal nach, wie man die töten kann. Und hier war gerade irgendwas, irgendwas hat mich gerade blockiert, na egal. Bestimmt kann man die irgendwie töten, aber selbst... Oh nein, hier backe ich rum, warum? Sagst du, die vermeiden sich wie die Zigeuner? Äh, auf jeden Fall... Ne, ich will die nicht töten, aber ich will nicht, dass das zu viele werden. Weil sie auch hier überall Bäume hinscheißen. Hier diese Vierecke, daraus entsteht ein neuer Baum, und wenn einer fehlt oder so, dann entstehen da normale Bäume raus. Ja, ich bin nämlich Baumforscher geworden. Ein Ogea, Lois, gibt ja sogar Ogea. Keine Bahnenforscher mehr. Diese grünen, ne? Zweiköpfigen. So Bandos-Teile. Ich glaube schon. Ich bin auch nur gerade zu spontan. Boah, Timo. Nee, aber es gibt Weibarns, also Weibarns, so einen alten Drachen quasi. Achso, da bist du, ja. Weißt du, was ich vorhabe? Nein, leider eigentlich mal. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ich kann nicht mehr springen. Nee, hier kommst du nicht hoch. Ey, was ist das? Du musst ausholen. Amnetist, oh geil. Wollt ihr aber was bringen? Ja, du kannst dich auch hierherbauen, aber baue das wieder ab dann. Okay. Was hast du denn? Hast du eine Eskimo-Mütze auf, oder was? Ich weiß nicht. Das ist eine Fellmütze. Ich hab voll Fellarm und bis auf meinen Helm. Alter, danke. Oh, du bist mein Retter. Yo, danke, danke, danke. Siehst du das hier, was ich in der Hand hab? Firma dankt. Ey, du... Was hast du in der Hand? Ey, das ist cool. Uranium! Kommst du auch jetzt? Ich komm mal zu dir, weil ich brauch ein bisschen Essen. Ja, klar, ich kann ein bisschen Essen. Ey, mein Marble, was ich abbauen wollte, ist da vorne irgendwo. Ja, ja. Ich glaube, es ist genug da, wenn du willst. Aber ich brauch viel. Weil, weißt du, was mein Plan ist? Von hier, von der Ecke, ne? Also hier nicht weiter. Da rum, einmal rum, 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 rum. Bis da hinten. Rum, 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 rum. Das ist ja geil. Das wird hoffentlich ziemlich geil. Und das hässliche Geräusche werde ich abbauen. Hartsex, ey. Hartsex, ey. Hello, ist hier ne... Hartsex, ey. Alter, das sieht doch so nice aus. Wo hast du den Marmor her? Hier, hier ist ne Dingens. Der war da drüben. Alter, nice. Ich nehm mir mal die Hälfte der... Nee, ich nehm die weißte X, mehr brauch ich nicht. Nein, kannst du. Nimm so viel, wie du brauchst. Okay, danke. Und guck mal, also Nils, ich baue das jetzt hier einmal rum, bis nach da hinten. Dass ich so... Ey, weißt du, wie diese komischen Baumviecher heißen? Nee, du musst mal rangehen, da siehst du dann, wie die heißen. Ja. Mal guck ich mal schnell für dich nach. Achso, nee, musst du nicht. Noch töten wir die nicht. Ich find... Ja, aber... Ich find die grad cool. Die greifen keinen an, die mucken nicht. Keine Jans. Junge, mucken nicht, sondern du nicht. Und man kann sie nicht töten, also... Also jedenfalls mit Schwert. Wer ist bei dir jetzt zu Hause vorbei? Ich hab jetzt so viele Wegpunkte auf meiner Map, ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Warum hast du so viel? Oh, fuck, hier vorne ist ein Creeper. Ja, weil ich doch... Dann will den aus, wo du hin willst. Du kannst den anklicken, dann wird der weiß, äh, Jan. Wow, ist ein Skelett. Hey, Leute, ist ja so eine halbe Festung quasi schon, natürlich. Da, wo du bist, Timo. Ja, ja, den Berg neben dir, den werd ich noch abbauen, weil der richtig hässlich ist. Und dann baue ich hier so... Das ist so ein Krater. Mega nice. Und hier in der Mitte baue ich eine Atombombe rein. Dann will ich wie bei Fallout und bete die Atombombe an. Ja. Und irgendwann hast du Diamanten. Und irgendwann kommt ein Joker und... Easy, easy, get rekt, den aus. Weißt du, so spielt Joker. Er startet eine Welt, buddelt sich runter und sucht Diamanten. Dann hat der Diamanten und hört auf mit der Welt. Ja. So spielt Joker. Nee, ich bin nicht so wie du. Aber jetzt kommt der Fakt. Nein, nein, nein. Junge, jetzt hab ich... Weil jetzt hab ich gewonnen, Jungs. Das kann ich aus einem Emerald zwei Diamanten machen. Und ich hab an die 20 Emeralds oder so. Aber wie? Wie machst du das? Mit so'n Stein. Oder mit so'n Tool. Mit so'n Stein? Mit einem Tool, ja. Nein, ganz im Sonderstein. Ach fuck, ich muss doch noch was. Boah, ich hab schon wieder vergessen, den Timer zu starten. Aber egal. Egal. Aber ist das dann so nun endlich hier? Unsere Folgen sind so ungefähr... Nein, 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 der geht kaputt. War ein bisschen länger. Du kannst daraus nur so Sachen verändern. Du kannst zum Beispiel auch aus Gold, aber das kostet halt viel Gold, um ein Diamant herzustellen. Ja. Ach, ist das dieses mit diesem Wert, was so'n Item hat? Ne, 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 nicht die Kiste. Das ist ne Kiste. Das ist so'n Stein wirklich, der heißt... Philosopher-Stone, glaube ich. Ja, genau, Philosopher-Stone. Händet man den oder baut man den? Den baut man aus Glowstone, ein Diamant. Aber der kostet so viel. Ne, Glowstone, Redstone und, ähm, Diamant. Oh. Okay. Der kannst du auch aus, zum Beispiel Erde, Sand machen. Ja. Aber das find ich schon wieder langweilig. Also ich mach mir das nie. Ich schon. Mach doch. Und Marcel, hast du schon ne Stelle, wo du mich niederlassen hast? Mach doch! Oh, 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 nein. Bin hier grad nur ein bisschen am Farmen, hab voll viel Stuff. Achso. Ja, sonst kannst du... Ich glaub, ich wandere gleich in deine Richtung. Ja, mach mal. Also hier ist echt ein richtig geiles Gebiet. Ja, warum hab ich gar kein Tin-Erz? Erstmal müssen meine Felder wachsen, meine fünf Stück. Ja, sag mal, wie viel Tin-Erz hast du denn? Das ist so viel, hab ich das Gefühl. Tin? Nein. Du kannst auch bei mir unterkommen erstmal, solange es dein eigenes Haus verrichtet. Ich hab ein Wett. Lauf unterm Sternenhimmel. Doch, ich hab siebzehn Tin. Achso, okay, es geht. Wer hast du? Ja, auch. Keine Ahnung. Und, Nico, macht dir das Projekt Spaß? Achso, was? Aha. War ich so spannend? Alles klar. Ne, sag mal, Nico, wie findest du das Projekt bis jetzt? Was? Achso, du redest mit mir. Ja, weil du hast ja gesagt, wenn Modpack mehr Zauberei oder so. Ja, ich hab heute schon wieder Hexit gesehen im Technik-Lounge schauen, hab schon wieder überlegt, aber man ist da so schnell durch. Ich hab ein Server, wo Hexit drauf ist. Hä? Ich hab ein Server, da können wir zocken. Also halt ein Ding, das ist ein öffentlicher Server. Nexit-Server. Ja, mal schauen, wo ich da für Zeit habe. Und er will da ja nicht wieder. Achso. Was? Nichts, alles okay. Ich wusste nicht. Ne, aber das Modpack ist eigentlich für alle interessant, weil es so eine neue Version hat. 1.7, das ist echt, das ist geil. Für ein Modpack ist das echt gut. Es spielt sich ja fast wie 1.8. Was ist bei 1.8 neu dazugekommen? Das Wildscher-Eis-Wooden-Highpass-Anfälle in der Wildscher-Prinzip. Uranium, geil! Ne, was kam denn? Was war denn so die heftigste Neuerung? Von einer 1.8? Alter, ich hasse diese ganze Zeit. Kein Blockhitten mehr? Kein was? Kein Blockhitten mehr. Jetzt, ich glaube, sie hassen dich auch. Kein Blockhitten? Oder was? Ja. Junge, ich hab gesagt, welche besonderen Endo. Ja, das ist was. Und hör mir jetzt auf mit dem PvP-Kack. Nein. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, Alter. Was ist dein Glück, was dazugekommen? Äh, ja, das Diorid-Granid und so. Ah, stimmt, die, äh, diese Land-An... Äh, hier, diese... Stimmt, der, ja, genau, der See-Meeren-Tempel, oder wie die heißt. Ja, Unter-Wassertempel. Ich wollte gerade sagen. Die sind dazugekommen. Dann die Endermites, glaube ich, diese komischen Ender-Silberfische, oder was das da für Viecher sind. Ne, die gibt's doch schon in der 7, oder? Ne. Weiß ich nicht. Ich, diese Endermites, diese... Ne, die sind seit 1.8. Nicht, gar nicht. Oder wenn du Ender-Pern wirfst. Was war noch? Was war noch? Immobilie einfach vor deinem Werk zu diesen ganzen Bäumen rumlaufen. Nein, falsch! Aber das musst du aufpassen, das ist alles in Zucht. Ja. Ja, stimmt. Voll die miesen Fickerbäume, ey. Wollen die die mal... Die mehren sich ja immer weiter hier. Ja, lasse doch. Später hab ich einen richtig geilen Garten, und dann laufen wir über diese Bäume rum. Und dann kommt man so zu mir, ich mach so die Tür auf und willkommen. Und überall Bäume. Wie. Und dann hol ich mir noch Dinos, wie ein True Asset Card. Du bist mir so ein Willy Wonka, Alter. Ey, lol. Ey, Jan, du hast auch dieses Kasserit-Ohr, oder? Ich kann sagen, ich bin grad nicht zu Hause. Kasserit-Ohr. Daraus kannst du Tin-Ingelitz machen. Echt? Wenn du mir sagst, ob's Micro-Blocks gibt, das würde mich viel mehr interessieren. Ja, gibt's. Okay. Glaube ich. Dass du dich zersägen gefunden, womit man die Blöcke zersägen kann. Ja, bei. Ja, okay, ne, ich mach mir dieselbe. Ja, bestimmt hoffentlich nicht drin. Doch, gibt es. Ich hab bei Too Many Items, da hab ich die gesehen. Ah, ein Zombie. Ja, gibt's, oder? Ich hab doch schon Ja gesagt, Mensch. Hey, ich muss alles überprüfen, was Timo sagt, weil Timo nicht. Ja, muss ich auch, weil Timo nicht weiß, was du sagst. Äh, äh, äh. Spack, äh, wo er recht hat, hat er richtig? Spack, Martina. Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Nico, willst du nächste Folge mitreffen? Aber du hast, du hast nichts bereiten, ne? Ach so, das meinst du. Oder ist, äh, äh, wir haben noch keine 10.000 Likes auf das Video, also. Wo er recht hat, hat er recht, ne? Ja, aber vielleicht wär's ganz cool, wenn du da unten in der Ecke... Aber das müssen wir echt machen. Ja, pff. Du musst ja nicht mal Sound aufnehmen, du musst nur Bild aufnehmen. Oh, buh, da schriek ich nicht. Okay, Timo, sag mir mal deine Koordinaten. Ich schreib's in Sch... Äh, nee, warte, äh. Oh, schreib doch, ich hab mir das ganze GameCapture-Gewyns jetzt hier. Die anderen sind zu zweit. Aber wie so kauft Nico sich nicht ne GameCapture-Card? Hab ich doch. Ich schreib's so. Ja, dann pack die doch ein... Dann machen ganz langs HDMI-Kabel zu Timos PC. Ähm. Blöd. Nee, dumm. Erklär mir jetzt mal bitte den Unterschied, Jan. Was? Du als blöd, dummer, stummer kannst das schon... erklären, wenn ich... Hey, was ist denn los? Was ist los? Nichts. Was der Unterschied zwischen blöd und dumm ist. Das war ein Timoniko-Gespräch. Was meint Jan mit HDMI-Kabel zu mir ziehen? Ja, Angela Merkel reagiert immer noch. Reagiert. Regiert. Immer in Deutsch schlacht. Ja, Jan, was meinst du? Hey, nichts. Hey, du hast doch gerade irgendwas gesagt. Hey, du hast doch gerade irgendwas gesagt. Von wem redest du eigentlich, Junge? Was willst du? Timo, spiel einfach weiter und nervt nicht. Ich hab's voll Bock auf Döner, Alter, weil ich den Namen von Dingsmarsen lese. Ja, wenn du jetzt schon einen Motorradführerschein hättest, könntest du einfach losfahren und den Döner holen. Mh, den hat aber zu doof. Im Winter. Der war bei McDonalds'n Döner. Bei uns liegt aber nicht viel schneller. Ja, doch. Ich hol dir bei McDonalds'n Döner. Und das ist am Dienstag richtig los schon, dann kann ich endlich wieder snowboarden gehen. Endlich. Endlich. Ja, Luca, wenn du's könntest, dann könntest du's. Weiß nicht. Ach, ich zeig dir mal ein cooles Video von mir. Timo braucht die Fresse gerade. Und da sieht man, da erkennt man dich bestimmt nicht, ne? Aber du bist das. Und da ist bestimmt ganz viel Feuer mit dabei und da schießen noch ein paar Leute mit Maschinengewehren, ne? Aber du bist das. Wenn du ein Motorrad hast, ne? Ja. Dann nimm dir mal, kauf dir mal für den Helm so ne Pferdemaske. Kennst du diese Gummipferdemasken? Ja. Diese auf Facebook-Videos und Büro-Videos machen. So eine musst du ja dann auf den Helm machen. Dann feier ich dich so hart. Was ist los, Jan? Gib mir mal bitte die Säge. Aber das darf man nicht fahren, glaub ich. Ich hab keine Säge. Ich hab keine Säge. Ich hab die mal, beziehungsweise haben wir eigentlich immer noch vor, dass ich die kaufen und dann in Drive-In so zu viert im Auto. Weißt du, wie die heißt, Alter? Alle haben diese Maske auf. Nee, das ist ja. Das müssen wir echt mal machen. Alle zusammen. Hier, jetzt, du bist doch schlau. Wie heißt denn die Säge? Ich hab Bock drauf, aber so eine Maske kostet halt einfach 17 Euro für so einen Spaß. Welche ist es jetzt? So scheiße geil ist doch. Einfach, äh, I'm and Saw, Diamond Saw oder so halt. Ich muss die wirklich mal bestellen, das wäre richtig geil. Ich hab sogar Goldohr. Alter, ich schwitze richtig hier, aber das ist grad richtig geil, Junge. Danke für die Information. Wie hab ich gebraucht? Ich hab keinen Plan, wie breit ich das in Ruhe schlafen soll. Oh Gott. Oh, das sollte ich hier nicht bauen. Oh, ich bin so behindert manchmal, ey. Ja. Oh, ein Beerwolf. Der hat voll viel Leben, ne? Hm, das ist gut, ey, das ist, hm. Ich schwöre Auge. Smaller, Alter, ich muss grad auch gehen, Mann. Ich schwöre Auge nicht. Kennst du nicht, wenn du ein Ö in dein Auge hascht? Natürlich, aber was bedeutet das Ö in der Auge, weißt du? Nico, siehst du auch schleimige Meerefrüchte. Wenn der Mond in dein Ghetto kracht. Ja komm, jetzt hast du Angst, ne? Scheiß, scheiß Werbung. In der Nacht ist es niemals Viertel nach Acht. Ach, das ist von Buddy Ugi, ne? Nein! Ne, von Buddy Ugi, nicht Ugi. Ja, sorry. Ja, denk doch mal nach, bevor du was sagst. Ich dachte, ich baue die ganze Zeit Marble ab, ne? Ab irgendwie so'n Kuhu. Bruchstein oder so, ne? Ja, irgendwie dumm ist ein Stone da abgebaut. Ach, den? Ja, egal, ersetzt ihn mal durch Erde, dann sieht das ja wenigstens schön aus. Quarry Stone. Jan, 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 Jan. Ja, Jan, meine, ähm. Was kann ich denn jetzt hier zusammen bestellen? Erde brauche ich ja auch. Ich glaube, ich spezialisiere mich schon recht auf die Baumzucht und dann so mega geile Baumarten zu machen. Und was bringt der das? Dann kann ich neue Holzsorten haben, weil ich hasse es mit den Standardholzsorten zu bauen. Das feiere ich auch immer voll an den Motzen. In der Nacht ist es niemals Viertel nach. Acht Verzögerung. Ja, Leute, das... LOL! Wow! Was verdammt? LOL! Wow! Es regnet ja, ne? Ja, Leute, äh... Das war's hier mit einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall darauf achten. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt... Wie gesagt, das ist Minecraft, ein Mod-Packet. In der 1.4.7. Wir haben hier Möglichkeiten, die sind sowas von cool. Sagt, wenn wir irgendwas bauen sollen. Wie gesagt, wir befinden uns noch in der Anfangsphase. Also wir müssen erstmal uns hier zurechtfinden und alles schön bauen. Und dann können wir richtig anfangen mit Projekten. Ja, ich labere wieder viel zu lang. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.